Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, jetzt hat es mich auch erwischt. Eigentlich sollte hier vor mir Chrysler liegen. Aber was hat mir Mattel Creations in seiner unendlichen Weisheit geschickt? Ein Matchbox-Auto, nämlich den Divco Milk Truck. Ich habe es kurz gegoogelt, wahnsinnig hässliches Auto. Ich bin mir nicht sicher, ob wir reinschauen sollen, weil ich wäre es ja zurückschicken müssen oder will mein Geld zurück oder irgendwas. Es ist wahnsinnig dämlich gelaufen mit Mattel. Vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Also Mattel Creations ist grundsätzlich ja eine gute Seite gewesen, weil wie sie noch aus Belgien versendet haben, ist das ja alles recht kostengünstig bei uns Sammlern eingetroffen. Mittlerweile wird ja schon seit geraumer Zeit aus den USA verschickt. Was eben auch zu Zollabgaben führt. Vor einigen Monaten waren diese vier Herren dort zuerst verfügbar. Und ich habe mir gedacht, ja, nehme ich doch alle vier und komme in einem Paket und spare ich mir Zoll. Und überhaupt ist recht unkompliziert. Ja, na was war? Bis jetzt kam an Pass auf. Das hier ist Merman, klarerweise. Den zeige ich dann gleich her. Chris Lohr ist hier in seinen Einzelteilen vielleicht drinnen. Ich weiß es nicht. Und Faker bis jetzt verschollen. Wahrscheinlich ein Fake. Ha, 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 nein. Also, und für jedes Paket, ja, die wurden einzeln aufgeteilt und für jedes Paket wurde natürlich zollfällig, ja. Also das ist dann im Vergleich zum Einzelpreis oder zum Ladenpreis, ja, in Wahrheit eine finanzielle Katastrophe, ja. Also, und das ist ja nicht, also gerade als Sammler leidet man ja viele finanzielle Katastrophen und das ist dann noch die Spitze des Eisberges. Ja, gut. Also, ich habe ja bis jetzt nur davon gehört, dass Leute, die bei Mattel Creations bestellt haben, ja, einfach nicht das Richtige bekommen. Figuren fehlen, falsche Figuren, nur eine Figur, dann doch wieder zwei Figuren oder halt, so wie jetzt in meinem Fall, ein gänzlich anderes Produkt. Ich habe, weiß ich nicht, das letzte Matchbox-Auto habe ich wahrscheinlich gekauft vor über 40 Jahren und das war's dann, ja. Also, ich hätte trotzdem wenig Lust einfach hineinzuschauen, weil wir wissen eh nicht, wie das mit Mattel ausgeht. Ich meine, der Wahnwert ist tatsächlich fast ähnlicher. Ich glaube tatsächlich, die Revelation-Figuren kosten, das war in New Eternia-Quizzer, muss man glaube ich dazu sagen, kosten 22 Dollar oder Euro und Matchbox kostet 25. Ja, ich mache es mal kurz auf, wir sehen uns gleich wieder und dann geht die Schose weiter. Okay, so leicht ist das gar nicht, ja, also, wenn man das hier rauszieht, bekommt man Tootsie Roll, das ist ja eine Süßigkeit, ja, kennt man jetzt bei uns in Europa wahrscheinlich eher nicht, ich kenne es auch nur dem Namen nach. Was steht hier, steht hier irgendwas von Chrysler, made in Thailand, naja, immerhin kommt es nicht aus Kino, aus China, großartig, ja. Aus dem Kino kommt es sowieso nicht, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das hier öffnen kann, ohne dass ich was kaputt mache. Ich schaue mir das ganz kurz an und melde mich sofort mit dem Wasserstand wieder. Ah, natürlich den Intelligenztest, fast wie in der Arbeit, nicht bestanden, das ist natürlich jetzt gar nicht schwierig gewesen, wenn man es nicht komplett auspacken muss, man muss nur, aber wie gesagt, ich habe es seit, weiß ich nicht, seit Jahrzehnten sowas nicht mehr gekauft, man muss hier es nur abziehen, so, zack. Und, wenn man es nicht auspacken will, nämlich, sondern in die Sammler, in die Sammlervitrine stellen möchte, ja, also, das ist ein Tootsie, ein Tootsie Roll Matchbox Auto, um 25 Dollar, hmm, ja, fast so gut wie ein Chrysler, also, ja, gegebenenfalls, meine Tochter könnte damit vielleicht auch Spaß haben, aber ich glaube, der wäre das zu klein, ja, also, das ist jetzt im Moment eine Liebe für Autos entwickelt. Ja, also, gut, das zum Vorgeplänkel, wenden wir uns dem Revelation Merman zu, der mich erreicht hat, also, der Merman mit Rüstung und ohne Schramme am Auge oder nur mit, also mit beiden Augen, ist eine grundsolide Figur. Schauen wir uns mal die Packung an, ja, auch hier ist der Herr der Meere drauf vertreten, dann hier der Name mit Untertitel Ocean Warlord, und, was steht hier Schönes? Ja, das erinnert mich daran, meine Geschichtslehrerin, wir hatten Geschichte auf Englisch in der Schule auch, die letzten paar Klassen, also, die Lehrerin hat Englisch und Geschichte unterrichtet in dieser Schule, hat sogar einen Doktortitel in Geschichte und hat das Wort Ally oder Allies, also Verbündete, immer falsch ausgesprochen, hat immer Alice gesagt, also, wie der Vorname Alice. Das ist ganz komisch, und auch ich konnte sie nicht davon abhalten, weil, ja, meine Ratschläge werden grundsätzlich immer in den Wind geschlagen. So, was steht da noch? Ist ja ein ganz schönes 0815-Geschwurbel, ja, wir sehen hier ein bisschen, ja, Allah findet Nemo, ein paar Fischchen im Hintergrund, dann sehen wir Mörmen, und eben, wie zuerst schon gezeigt, die aktuelle Wave, oder nicht mehr aktuelle Wave. Ja, dann hole ich ihn kurz aus der Blase und schauen wir uns mal im Detail an, was da los ist. So, da ist der junge Mann schon, das Erste, was mir in die Augen sticht, ist, er passt wunderbar zu den neuen Vorhängen. Ja, also, das ist doch wunderbar, ja, das ist wirklich Home-Makeover mit Mörmen, die neue Reality-Serie. Ja, die Master-Verse-Figuren, meine Tochter würde jetzt sagen, ah, das ist ein Kätzchen, haben ein bisschen zugelegt. Ja, die haben jetzt alle so wunderbare Princess of Power-eske Diamanten in ihrer Rüstung verarbeitet. Erinnert ein bisschen an den Pass-Off, den ich neulich erst vorgestellt habe, jetzt ohne Helm mal. Und, mein Töchterlein, ich habe das natürlich gar nicht gecheckt beim Auspacken sofort, dass diese Flügel, also, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Design, weil die kann man nämlich, kurze Ergänzung zum letzten Video, die kann man wirklich in allen Ebenen, die sind schon ein bisschen ausgeleiert, meine Tochter hat damit gespielt, war wahrscheinlich ein Fehler, ihr das zu geben. Aber das kann man wirklich in ganz vielen Posen positionieren und variieren, das ist eine ziemlich coole Pass-Off-Reinkarnation. Ja, aber zurück zum Herrn der Meere, ist auch super gelungen von den Stulpen hier unten, ja, so von diesen Verzierungen auch, die Gürtelschnalle, das ist wirklich eine sehr schöne Figur. Also, die Rüstung nehme ich nicht ab, ihr wisst ja, ich bin mit dem Grundmold der Master-Off-Reinkarnation nicht besonders glücklich, aber auch der weiß wirklich zu gefallen. Ja, schauen wir uns noch sein Schwert an, wie es sich gehört, und dann gibt es noch ein paar Wechselhände, die ich ein bisschen, ja, unnötig finde, wie gesagt. Meine Tochter hat neulich mit dem allerersten Himmel gespielt, der ist gleich die, also Master-Off-Reinkarnation gespielt, da ist gleich die Hand rausgefallen und sie war schockiert, ja, das ist ein bisschen das Problem, finde ich, mit diesen Wechselhandgelenken. Ja, ich stelle ihn kurz nochmal auf und vielleicht finde ich noch den anderen Mörmen zum Vergleich und wir sehen uns nach der Werbepause wieder. Werbepause, habe ich gesagt. Hm, leider, ich finde jetzt den Mörmen nichts, vielleicht gehen wir gemeinsam durch meine sehr aufgeräumte Vitrine, wenn hier nicht jemand erspäht, bitte in die Kommentare schreiben, ja, das spiegelt hier wahnsinnig, so, nein, das ist er auch nicht, das ist er nicht, all das, was grün ist, ist ein Mörmen, ha. Apropos, weil hier gerade Dragon Blaster Skeletor steht, die Mondo-Figur habe ich jetzt verpasst, weil ich dachte, ich habe bis 30. Juni Mitternacht Zeit, aber, ja, schont den Geldbeutel, soll mir recht sein. Nein, so, ja, da steht die Playstation, man muss ja auch mal, man muss ja auch richtige Hobbys haben, was. Und ist er da unten bei den, ah, da ist wer grüner, nein, das ist er nicht, nein, da ist er leider auch nicht. Ja, hat wohl meine Tochter verräumt, weil, also, er und Stinkhorn müssen irgendwo ein Paar sein, aber sonst mache ich noch ein Ergänzungsvideo und wir schauen uns die Unterschiede dann im Detail ein anderes mal an. Ist nicht so tragisch, so, kommen wir trotzdem jetzt mal zum Fazit. Ja, also, ohne, dass ich jetzt die andere Figur bei der Hand habe, aber, wie gesagt, er passt nicht nur hervorragend zu den Vorhängen, sondern, ja, das ist auch ein fantastischer Mörmen, ja. Also, wie gesagt, ich liebe die Classics, ja, und jedes Mal kommen mir die Tränen, sie sind nicht mehr gibt, aber, das ist eine super Figur, da gibt es einfach nichts, muss man sagen, ja. Also, ja, schauen wir mal, Smith hat ja gerade erst aktualisiert vor ein paar Tagen für August bzw. September, auch mit dem New Adventure Skeletor und anderen Figuren, schauen wir mal, ja. Also, ich freue mich immer, wenn es das von den Masters gibt und wenn eine für mich so wichtige Toyline weiter Bestand hat, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und sammelt weiter. Tschüss!